ja willkommen zu diesem unboxing video von lego city undercover the chase begins für den nintendo 3ds freigegeben ab 6 jahren kann man auch auf den nintendo 2ds spielen ja chase beginnt das brükel von lego city undercover für die wii was auch nun mittlerweile für ps4 switch und xbox gibt und ich glaube auch sogar für den pc ja chase beginnt wie alles begangen wie chase zu dieser legende wurde die er in lego city ist viele sagen es sei schlecht aber ich möchte mir selber mal ein bild davon machen ob es wirklich so schlecht ist ja lego city undercover chase beginnt steht da drauf da ein foto von chase mccain ja lego city das jemand chase mccain und rex fury rex fury ist ja chase mccains widersache in diesem spiel genauso wie im view spiel ja da sind wir ein polizei auto aus lego verbrecher anscheinend und so chase wie er so eine polizei marke in der hand hält hier sieht man ein paar szenen aus dem spiel schaes mit handschellen und eine waffe warfhakenkanone genau so hieß hier zeige dann können als neuling bei der polizei hilf chase mccain auf seinen weg vom anfänger zur legende ermittle verdeckt in kriminellen banden und ziehe sie aus dem verkehr akkunde lego city ja war schon liefer also hatte wohl glaube ich meine mutter von ebay her bestellt ja man sieht da noch zwei hubschrauber kräne häuser gebäude ich glaube torbridge ist das da hinten habe ich zu weihnachten bekommen halt von meinen eltern ja hier das einfach haltego city undercover der chase begins hingeklatscht ja kann man davon will ist ok gibt schlimmeres zum beispiel das logo auf der mario kart 7 karte sieht schon noch hässlich aus aber ja das ist bis jetzt auf platz 2 der schlechtesten karten logos ein bisschen werbung halt noch für yokai watch 3 tomotachi live kann man machen dann halt diese scheiß gesundheitsdings mit anleitung und so braucht auch keine sau ja das war's ich würde das mal ein bisschen so anspielen und mir selber ein bild davon machen und dann auch irgendwann mal let's playen freut euch schon mal drauf wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da um keine weiteren videos zu verpassen in diesem sinne macht's gut und schau